jo leute was geht's willkommen zurück zu diablo 4 best of hardcore heute zusammen mit brutal ich fange mit dem totenbeschwörer an und ganz viel spaß bei den highlights so dann wo gehen wir hin wir könnten den den baum machen weil der gibt richtig viel erfahrung ich glaube das macht am meisten sinn wenn wir am anfang den baum machen weil einmal den baum abgeben gibt richtig viel erfahrung ich muss ja hardcore auch nur 50 erreichen also das eigentlich so schwer ich würde sagen wir gehen mal hier so ins gebiet hier oben weil da sind die gegner höheres level okay man merkt dass die hier fünf level überein sind sie macht nicht mehr so viel schauen junge boah so ein vieh kann uns glaube ich killen als müssen wir mich das war knapp junge da bin ich fast one hit da bin ich aber fast one hit knochensperr ist ja wirklich dumm stärker also es ist ja nicht so als wäre der nur ein bisschen stärker man könnte es aussuchen der ist einfach broken viel stärker level 33 wo sind wir hier wo sind wir hier hier sind wir aber ganz falsch so war da gerade stufe 33 also legion stufe 25 wenn wir da jetzt sterben brutal gg ich werde so ich werde einfach gar nicht angreifen ich werde versuchen einfach allem auszuweichen ich werde mich so kämen lassen zwei leute sind hier einer 44 okay drei leute ich bleibe einfach auf dem pferd so ein ding obwohl dann sind meine skelett mal gar nicht da das war über ein level was ich da bekommen habe anderthalb level für legion level ab level ab so golem mehr leben und schaden abfahrt level 27 die regel bleibt schlechter abhauen schlechter immer abhauen und da ist der lun level ab hab nur 6 oh mein gott da ist er da ist er weg 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 lass mich durch ich drücke euch die daumen ich drücke euch die daumen der wollte meiner er so doll ja der wollte dich richtig richtig doll der ist an mir vorbeigelaufen und wollte zu dir der wollte so doll zu dir oh level ab kopf amulett panzer komponema panzer level ab let's go wird sehr cool auch den battle pass durchzumachen wobei ich mittlerweile gar nicht weiß ob ich einen battle pass hole weil die cosmetics mich ehrlich gesagt sehr kalt lassen muss ich sagen also da muss schon was richtig geiles sein ich habe ja schon mal in anderen videos gesagt da muss mal eine geile kooperation kommen mit irgendjemandem oder so aber so wie die ähm skins aktuell sind juckt mich das nicht so krass level ab was? level ab? level ab? level ab? level ab? easy auf gar keinen fall auf gar keinen fall item geil sein scheiß auf die items junge das war schon wieder viel zu knapp wenn mich so ein billig scheiß gelbes item killt dann boah man das wäre echt richtig richtig kacke level ab? die legionen machen wir aber auf jeden fall ich mache gar nichts ich habe hier meine skelette die helfen euch ein bisschen aber ich ich mache hier gar nichts hier bin ich gestorben was? was? jetzt habe ich angst von was? 43 druide war eigentlich schon ein guter call vom brutal es wundert mich echt dass er da gestorben ist tatsächlich level ab schön 46 level ab schön ausgewichen level ab welt stufe 3 albtraum was? ey die dinger waren auch ganz wild bestimmt früher im mittelalter muss den ganzen tag stehen kann sich nicht hinsetzen bist du gebeugt ey nach einer stunde hast du sooo schmerzen level ab ich hätte nicht gedacht dass ich es heute noch schaffe falls ich es schaffe was soll ich machen wenn ich die leiche habe so nein 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 wieso habe ich disconnects? ey mach das nicht auf neuer level 49 anvertretter wieso habe ich viraktes wieso habe ich lags? nein 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 noch so wenig ich werde ganz entspannt einfach hier jetzt rum laufen auf ganz entspannt auf ganz entspann'd ich habe gar keinen stress ich laufe jetzt hier einfach rum da laugchen und wenn das jetzt noch ewig dauert aber ich mache keine aufgaben mehr oder sowas nichts krasses mehr da hat die aufgabe da ist die letzte aufgabe was wird sein. Oh ne, oh ne. Wenn das so ein Kasra-Ding ist, bin ich weg. Der Dude. Ich weiß auch nicht. Das will ich, glaube ich, nicht machen. Das ist es. Das ist es. Und was wir jetzt direkt machen, ist hier den auf Level 100 und uns die Platin abholen. Danke, Leute. Da ist es. Hilfengebungsvoller Beschützer und erhebt euch Champion. 280 Stunden. Plus nochmal 50 auf dem Steam Deck. Da ist es. Boah, Platin. Platin-Guide wird einfach nur 10 Minuten lang zu sagen, macht's nicht. Junge. Damit wir das Copper.